Willkommen zur vierunddreißigsten Folge von Dead Order 5 und weiter geht's mit dem Training wir wollen nicht gestört werden während wir trainieren ich hatte gesagt wir spielen mit den hier hat er irgendwo mal was an ok schwul weiter ja verklappen wir den hier nein stopp der zieht nein das mache ich auch nicht geht scheiße aus hat er da was an da hat er was an so und bläht weiter es soll nicht mehr los eingabe trainieren und es geht nein das war einmal zu wenig 1 2 3 und schon wieder habe ich hier was kaputt gemacht alter jedes mal muss ich hier randalieren nein das war kommt dann falsch jetzt also bis jetzt geht es ganz schön flott nein das war falsch falsch getrückt Giess nicht das okay jetzt jetzt Dieser Yan-Li spricht auch immer ein bisschen komisch. Sprache ist unidentifizierbar. Wird das nicht mehr so? Naja. Langsamer, oder? Einmal sind die Kombi so langsam und dann schnell. Und dann langsam. Das war eines langsamer Kombos. Was ist das? Er hat aber auch ein bisschen wenig Kombos im Vergleich zu anderen, die schon länger dabei sind. Gut. Jetzt sind es nur noch 50. Ja. Okay, das war wieder eine schnelle Kombo. 50. Also wenn die weiterhin so leicht bleiben, dann... Okay. E plus K. 55. Na komm, steh auf. 5. 10. 3. 10. 5. 5. 7. 9. 10. 10. 10. 10. 11. 11. 12. 14. stört hier alles was hallo also wie soll es aussehen habe ich doch gemacht also jetzt aber jetzt habe ich zweimal aus für sie gedrückt naja die provokation natürlich so so hell drive die wälder war es nicht gerade so jetzt sind wir schon beim kontern ok mit dem rücken zum gegner Ja... Dann will ich mich erst noch rausfinden. Ah, ist aber jetzt okay. Was war doch jetzt? Ja... Um... Um... Spezialmobos. Müsste doch eigentlich mit hier stehen. Ist es das vielleicht? Bunter Pekka Hunde. Da. Nein. Verdammt. Was könnte das sein? Wunsch mal kurz nachschauen. Alter, das geht ja mal gar nicht. Müsste doch arbeiten. Ich hoffe, dass die drinstehen. Was müssen wir noch mit Brainstance? Switchstep. Hö. Kann das auch nicht sein. Alter. Okay. Was doch. Müsste ich jetzt... Müsste ich jetzt raten, wie das genau funktioniert. Keine Ahnung. Okay. 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 Na gut. Trotzdem geschafft irgendwie. Nur noch zwei! Juhu! Das war doch... Warum war das jetzt nicht gut? So, das war gut. Jetzt das letzte und... Fertig! Yay! Systemsprache freigeschaltet! Neuen Titel bekommen! Und wir werden das Ganze um noch beim nächsten Mal weiter mit einem anderen Charakter, den ich noch nicht gespielt habe und noch nicht disqualifiziert habe. Also, bis zum nächsten Mal!